Für die U16 im FC, hier vor mir, Basti Reinhardt, der Trainer, wir führen hier 2-1, sind noch von mir zu spielen und wir müssen wieder weitergehen, die müssen gewinnen, so will das aus. Basti, Basti, Basti gibt alles, vor dem Körpereinsatz. Reinhardt, wie früher, war ja immer ein guter Fußballer. Immer keine Scheiße, ne Jungs. Sauber, geworden ist, geworden, wunderbar. Schon wieder ein Erfolg hier. So ist er. Drei Funktion, drei Funktion. So, wir wollen sehen, ob ich den Reinhardt noch zu fassen kriege hier, einen Augenblick. Die Freude ist groß hier, logisch. Wir sehen, dass wir noch mal einen Sieg eingefahren haben, ne. Sonst war das Wochenende ja nicht sehr freundlich für uns. Und na ja, doch, die alte Truppe, ja, los. Basti, Reinhardt, die alte Manier, ne. Ja. So, das ist ja, ne, ja, das ist ein bisschen kleiner, die Jungs sind, ne. Ja. Aber schon guter Fußballer nebenbei, ne. Ja. Aber das will ich euch sagen. Also, da kenne ich aber auch viele Leute, die zu meiner Zeit genauso gut waren. Also kommt Valentin zu. So ist er. Aus welchem Grund? Macht nix, macht nix. Ich hab dich gut getrauf hier. Du weißt, meine Videos sind ja berüchtig. Weißt du ja. Weißt du ja. Wo ist er denn, Basti, rein der da hin? Wo ist er denn? Wo läuft er denn weg? So, so Sachen raus, Sachen raus, Sachen rein. So, jetzt, Basti krieg auch nicht rein, hier, ne. Alles klar, gut. 2-1 gewonnen. Mund erwischen oder geht das weiter? Drei, drei Punkte, drei Punkte. So ist er. Wichtig. Alles klar, gut. Lübeck, Lübeck war ein bisschen schlechter. Aber wir müssen uns aussteigern. Alles tobi, wunderbar. Hier, die ganzen Leute hier, ja, hier, die ganze djugenhermsteilung. Ja.